Machen wir den quengelnden Quang? Ähm... Ich hab Shinbi gegen mich. Shinbi? Die haben... Oh, die haben fünfmal Energy Damage. Fünfmal. Fang ich mit Flux Matrix an? Magnify. Hm. Vielleicht baue ich Magnify, Flux Matrix. Also ich werde nur... Ich werde nur Energy Rüstung bauen. Ich baue ein Crystalline auch. Aber erstmal die Items, die ich brauche. Danke. Junge, wie viel Schaden macht die mir denn? Heiliger Crack-Junk. Man verbraucht nicht mal Mana dafür. Ja, jetzt hat er ein Level abbekommen. Vor mir natürlich. Sehr gut. Ach, Dave Rage, dem Gegner-Team. Was ist denn hier los? Oh, lass die mal gleich alle zu mir kommen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Lol, er ist auch rausgeflasht. Okay. Dann chill ich mal hier noch. I will return soon. Let's go. Ich muss unten das Bild fixen. Jo, mach ich gleich. So. Ich hab gefixt. Richtiger Fixer bin ich. Chimera Master Skin. Cringe. Nein. Okay. Chillig. Hat er gut gemacht. Guter Trade für ihn. Schlechter Trade für mich. Weil ich überall Cooldown drauf hatte. Mana-Type. Ja. Jo, der verbraucht auch ganz schön wenig Mana. Und ich verbrauche sehr viel Mana. Er hat keinen Flash mehr. Okay. Komm ich auch nicht hinterher. Zedroff ist links. Ah, jetzt ist er hier geblieben. Kann den Green Buff glaube ich nicht machen. Zu wenig Mana. Oh, dann haben wir level 6. Viel Spaß mit den Minions. Und ich gebe mir jetzt dann doch den Green Buff vollen, weil Savorok war auf der anderen Seite. Okay. 44. Und der hat wie viel? 40. Okay. Danke dafür. Okay, 43. Ich bin Quang, der Mächtige. Der Mächtige Quang. Der Allermächtigste. Der Mächtigste aller Quangs. So, die Minions müssen ich schnell in den Tower rein. Damit ich backporten kann. Scheiße, da kommen noch mehr Minions. Egal. Kann ich nichts machen. Gut, das erste Item kann ich kaufen. Schön. Ich habe jetzt den ersten Raptor geholt. Wie wäre es mit Flux-Matrix als nächstes? Ich weiß nicht, ob er Heilung baut. Wollen wir da mal gucken. Aber Flux-Matrix ist... Was gibt es denn? Gibt es ein Item mit... Magical Power... Und Magical Armor? Nur Spellbreaker. Das macht mir ja nicht so... Das macht mir ja nicht so viel Sinn. Ist das auch Level 7? Ich habe Rechtsklick gedrückt. Ich habe Rechtsklick gedrückt. Vielleicht hätte ich das überlebt. Okay. Ich habe immerhin kein Blink verbraucht. Ähm... Ich brauche Flux-Matrix. So bitter. Guck mal, Benish hat Eier, Alter. Ist zwei Level unter... Äh... Schimbi. Und jetzt die komplette Attacken. Ich glaube... Ich mache jetzt die Wave hier ganz schnell, weil es schon die Back-geportet sein wird. Und dann schnappe ich mir den zweiten Green. Das ist ein Ding. Ich bin... Ich bin... Erkiss. Hier bin... ok warum macht der so viel schaden ach du scheiße what der hat mich geholdet der hat mich geholdet weil jedes mal wenn ich den fast kille dann kommt da jemand und killt mich alter macht der wer ärgerlich muss man gehen bisschen lauter machen also kopfhörer besser gesagt so try an amix doppeltötung nein man genau dann als ich gedrückt habe ok der macht den mini prime so siehts aus hallo bleibt noch mit an nice danke für den mini prime sehr gut i like that ich bin jetzt gold für uns und ich bin wieder im rennen mit 2-2 muss ich natürlich noch schnell hier den greenbuff holen resetten und dann zum ähm zum raptor gehen geil ich habe flugsmatrix voll ich glaube ich baue noch ein ein damage item ich glaube die kriegen den raptor der will den mid tower holen jetzt push die in meinen tower rein das ist gar nicht so geil man ich habe wieder gepullt ey warum w-what warum ist mein crest angegangen bin ich auf die maustaste gekommen ah nein ich lebe noch ich lebe noch kill ihn hau ihn um geil crazy shit mein tower ist zwar weg aber komm wenn die die fay noch bekommen ah die fay ist tot 7 hp geil hä es sieht doch geil aus ich habe nicht meine sister für den kill gekriegt ich habe einen schönen t2 da erwischt kann ich den tower jetzt hier holen kann ich den tower jetzt hier holen schade 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 Ich hab keinen Mana mehr. Kill ihn. Jetzt hab ich aber einen Assist bekommen. Gut Job, gut Job. Ich muss mich verpissen. Tschüss. Da kannst du den Tower und das Tower Gold holen. Aber ich will jetzt nicht riskieren, weil ich weiß nicht, wo der Severog ist. Was habe ich missen? Schnapp dir den Turm. Jetzt haben wir mal den Spieß umgedreht. Vorhin haben sie mich gegangt, wenn ich gefeitet hab. Und jetzt wurde die gegangt, während wir gefeitet haben. So sieht's nämlich aus. Keine Chance den Chimbi's. Haben sie Spaß? Ja, mega. Fang macht echt Bock, Alter. Ich muss den öfter spielen. Schnapp dir den Dritten Fang würde ich doch mal rüber marschieren. Ich weiß nicht, ob ich das muss. Kann ich vielleicht hier oben durchgehen und ihn dann angreifen? Okay, ich komme zum Fangtooth, weil Chimbi's miss. Die wird jetzt auch auf dem Weg dahin sein. Die habe ich. Die habe ich. Die habe ich. What? Ich bin heute der Indien-Minions. ich komme ich fange schon mal an die wollen den camera und dann ist halt hier kein smite aber mach schon mal so viel schaden wie geht gut weg geht's hat der mega kossen christoph rasul ich würde gern noch ein energy armor item bauen magical armor vielleicht einfach kristallin wenn ich ehrlich bin bei tainted auch gut wäre ich baue tainted dann baue ich noch ein damage item und dann baue ich noch kristallin ich glaube schimbi wird heilung bauen grimax wird heilung haben primax hat heilung und severock hat auch heilung habe ich Natürlich flasht er. Sehr gut. Crime machen oder what? On my way. Autsch. Fängt du den Scheiß. Auswendig des Lebensraubt. Hier kommt. Hier reinöten. See the light. Nein, Victor. Hohohoho. Alter, hab ich die festgekettet. Push links durch, ja? Push den rechten Ende. Wir pushen jetzt den mittleren. Kommen kleine Minions. Kommen wir. Alter, Oxi rennt da vorne rein. Die sind bekloppt da. Ich war einfach der Kork kaputt. Ich war einfach der Kork kaputt, bevor ich jetzt auch noch sterbe. Alter. Hatte ich nicht eben Schokolade hier? Hab ich hier schon komplett aufgegessen? Ist doch scheiße. Ja, war doch eine witzige Runde, würde ich sagen. Alter, 8-2. Alter, 5-0. GG's, GG's. Crazy Runde.